So, willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Die eiern da unten noch ein bisschen rum. Ja, Pech gehabt. Ich bin jetzt hier und... Äste weg. Nein, ich hab gesagt, Äste weg. Was hab ich gesagt? Gott, was war das denn? So rückwärtiges Ausschalten oder was war das? Egal. Ähm, wir sind hier. Wir wollten immer noch hier ein paar Relais kaputt machen. Und irgendwann sollten wir uns dann auch wieder der Hauptmission hier widmen. Äh, so. Da hin müssen wir. Können wir da rüber, irgendwie? Naja. Ich hab hier über sämtliche Dächer gezogen. So, hier runter wieder. Also langsam sieht hier ziemlich alles sehr ähnlich aus. Deswegen, was ich jetzt auch gedacht, ich wäre hier schon mal gewesen. Ups, na. Ech. Ne, ne. Ich puzzle da nicht rum. Ne, komm, ich spring mal da runter. Mop. Und, äh, was haben wir denn da noch? Da? Wieso können wir da nicht uns hochziehen? Das wäre doch wunderbar. Da könnte man doch hier sich wunderbar hochziehen. Aber das will er nicht. Oh. Ja. Guck, guck. Ach, er ist immer noch hier am Start. Wo kommst du denn her? Hat dich hier einer eingeladen? So. Dann müssen wir da runter. Oder können wir es auch von hier aus auswerfen? Wunderbar. So geht es dann natürlich auch. So. Dann haben wir hier. Noch ein Relais. Wusch. 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 Ja, das hat er natürlich auch gebracht mit meinem Haken. Na, alles, alles tot. Nee, da ist noch einer. So. Netzwerk-Relais. Relais, Relais, Relais. Da sind ein paar Kerlchen. Da auch. Naja, ich bleib da drüben. Nur hier bei denen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dann da drüben bleib. Okay, holen wir uns den da mal. Boop, 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 boop. Ah. Schade. Nicht getroffen. Von hier aus? Ja. Hoch. Und die letzten zwei verbliebenen Relais hier noch. Zack. Okay, kann man da rüber springen. Ja, wunderbar. Okay, ich sehe es von hier aus, aber ich komme da nicht dran. Ah. Tach. Naja, ich komme gleich, ich komme gleich wieder. Moment. 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 Ich weiß es. Ich weiß es. schön schön und jetzt noch mal versuchen geht auch man muss nur an der richtigen stelle stehen so und dann hier das letzte da ist ja keiner da keiner da zum hauen sind wir jetzt hier irgendwo wo unsere eltern hier umgebracht worden sind kann das sein hier aufmachen aufmachen nein mächtiges a drücken aber ich glaube das heißt doch hier der tatort wo bruce eltern hier ermordet worden sind ich weiß aber nicht warum das immer in jedem batman spiel immer noch diese kreide umrandung da ist weil das ist ja schon ein bisschen länger her wo die gestorben sind also das muss ziemlich hartnäckige kreide sein gott was haben wir denn da gemacht auch wieder durch sämtliche unmöglichen wege hier durchgeglitten ok so wollte ich das nicht aber hier noch noch eine etage höher ich bin's naja naja bist halt das sah toll aus hier so im nebel im mondlicht so umgeboxt umgeboxt im mondlicht so na komm okay äh aber nutzt ja alles nix ich muss hier mal irgendwie da rüber jetzt nicht da rüber ich wollte zwar an dem schild da irgendwie hoch aber was auch immer was auch immer psss 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 pssp mh Ja, scheint wirklich nicht so zu sein, weil Irgendwie treffe ich euch nicht so ganz gut Oha, Menno Kontern, Batman Nicht einfach Blöd Blöd hier auf die Leute einschlagen Einfach nur kontern So, ähm Ja, hier sind wir richtig Irgendwie Ich weiß allerdings nicht, was wir hier machen sollen Ich muss das Walkie Talkie und dessen SIM-Karte finden Okay, ja Haben wir doch, oder? Oh, wiep Oh Komm mal, geh mal da hin Ich muss die nächste Funkstation finden Dann kann ich Pinguins Position triangulieren Mhm Oh Mr. Cobblepot Ich schwöre, dass es die Fledermaus war Er hat Ricky vom Nacht des Uhrenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen Ist mir scheißegal, was du glaubst gesehen zu haben Wenn du nicht in zehn Minuten mit meinem Geld hier bist Rupfe ich dir die Augäpfelchen raus Und dann musst du dir nie wieder Gedanken über Sehen machen Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot Tut mir leid, Mr. Cobblepot Ah, Mist Halt Nein, so wollten wir das doch gar nicht machen Halt hier da So Servus Au Au, Mist Da hat man das Handgelenk aber knacken gehört Äh, Moment, halt Oh, wunderbar So, warte direkt mal hier Irgendwie Nochmal Verbessern, was zu verbessern ist Was, biomechanische Unterstützung Steigerung des Widerstands gegen Nahangriffe 25% Ach, da kommen ja noch mehr von euch hier Au Und hier, meine Kombo ist kaputt Ach, Menno Geh weg da Wie viel mehr kannst du aushalten Die Gose in der Hand Ja Ja Das heißt es ungefähr so Ey Komm her Au Na, 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 na Wo kommt denn der Tief her Da, 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 da Du weißt, ich bitte nachtig Ja Oh, und ihn hier auch noch fertig machen. So. Harter Kampf. Okay, äh, was wollte ich denn jetzt hier machen? Oh, hier ist eigentlich auch so ein Ding. Kann man das hier eigentlich schon kaputt machen? Zählt das schon? Tatsächlich. Weil wenn ich das schon so irgendwie sehe, dann könnte man es ja schon mal irgendwie... auch kaputt machen. Ja, ich kenne die Storys. Bestimmt nur gestresst. Aber ihm gehört diese verdammte Stadt. Dem kann keiner was. Außer dieser Flederhungs. Dem was gefallen die ganzen Verhaftungen bestimmt nicht. Viele unserer Jungs sitzen wegen dem Freak jetzt in Blackgate. Kann sein. Weiß nicht. Na schön. Was ist es denn da? Ist nicht leicht, so ein Verbrechen, so ein Periode zu leiten. Vielleicht wird es ihm zu viel. Und, äh, vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Wenn uns einer hört, schlafen wir bald bei den Fischen. So, da ist wieder so ein Walkie-Talkie-Dingsi. Aber auch jede Menge Feinde. Mit Gewehren. Das ist nicht wirklich gut. Und ich habe keine Möglichkeit, die hier irgendwie geräuschlos auszuschalten. Könnten wir den da eventuell so... Äh. Ruhe. So. Das wäre Nummer eins. Upp. Ähm. Ich würde gerne hier irgendwie vorbei. so, ihr geht da unten äh, lustig umher. Ich würde da echt gerne dran vorbei. Wie komme ich denn hier? Okay. Okay. Hey, stopp, hier. Er gab es mich an. Lop. Oh. Und wo ist der letzte von euch? Da. Kuckuck. Psst. Schlaf ruhig. So. Benutzen. Äh, da, 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 da. Scannen. Ne, Übertragung von dieser Frequenz wurde automatisch abgefangen. Na gut, Leute, zugehört. Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall am Jezabel Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber vor allem, so ein netter Kerl, finden Sie doch statt. Also bewegt euch rüber zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Der Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Mhm. Deshalb war er so schwer zu finden. Gut, wo ist denn das Ding? Ich habe mehr Stief. Ah, da ist ein Schiff. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, äh, ich setze hier in die Wegmarke. Und macht dann an der Stelle auch Schluss. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Okay. Also basiert sich. Okay. Ну, ich würde sagen, äh, ich vers إن es nicht nur auf. Okay. Okay.